Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Moan Juwelen der Finsternis. Ja! Level 100! Wir haben es geschafft auf Level 100! Yeah! Boah, ist das lange her? Oder auch nicht? La la la... Danke! Aua! Danke! Das wollte ich doch gar nicht. So, du kannst im Prinzip da... Oh, bin du hoch! Okay. Danke! Ach, stimmt ja, da geht's, Herr Lanz. So, da haben wir die, Schätze. Ähm... Okay. Das ist jetzt sau mies. Aua. Ja, ich wollte kein... ...Dings verlieren. Oh, ei, ei, ei. Okay. Äh... Komm schon, und aah. Okay, machen wir es so. So, zack, 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 zack. Ja, ich muss grad mal überlegen. Das wird Tui tun. Aua. Aua. Danke. Was anderes wollte ich nicht. Wow, das war ja einfach. Das Level war ja wirklich einfach. Hätte ich mich mehr erwartet vom hundertsten Level. So, 101. Wollen wir weitermachen? Oh, Gott. Ähm. Ja, die Freis wird wohl hier sein weiter. Oh. Das war's für heute. Ach so, ich soll das wahrscheinlich mit dem ganzen Gewicht machen. Okay! Warte, dein! Hörle! Ja, genau! Genau! Okay! Ach so! Halt! Haha! Haha! Supi! Hörle! Das hat weh! Fünfzehn Stück! Da würdest du mich verarschen! So! Ha! Ha! Sauber! Hörle! 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 Ist es nicht dein Ernst? Ja! Hörle! Hörle! Und da! So, gehst du da jetzt weiter? Ja, dankeschön. Oh, oh. Ich hab da so ein klitzekleines Problem. Ach, supi. Oh Gott. Ich dachte, die Liga kann ich erstmal überhand nehmen. Boah. Das ist ja irre. Kacke. Das ist ja irre. Oh, 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 oh. so trotzdem ich habe kann man nur ich glaube ich kann ja nicht mal aber ich kann ja nicht mal zerstören doch kann ich ich vogel ich kann hier mit zerstören so der ist jetzt frei ja das war's ja dankeschön alter fratter muss ja echt hart überlegen ob man das nicht irgendwie falsch macht Okay, lange mal. La la la. La la. Awa. La, Awa. 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 Awa, das wird mich sowas von meinem Leben kosten. Aaaaach, komm mal! Alter! Really, jetzt? Alter, ich glaub's ja nicht. Jetzt reicht's mir aber, alter Vater, ey. Aaaaach. Hala. Könnt mich mal gerne haben, alter. Ich bin fast tot! Hallo! Hala. Alter! Ja, genau! Ja, Jutta! Alter! Ah! Alter! Ich glaub... Ja, genau! Genau! In dem Moment, alter. Boah, alter Vater. Alter, hab ich ein Glück. Alter! So, erst mal! Den, da... ...dun! ... Okay. weh oh nein aus meine güte aus verkackt doch aus ich glaube ich glaube es ja nicht so trotzdem ja ist nicht dein herz der fucking letzte der letzte ein einziger verkackter bohr und äh skelett ist nicht dein herz mal gucken was passiert wenn ich den da mache nein das war falsch ich wollte mich die noch haben nein das war nicht schnell genug komm schon hoch mit hier hoch mit hier hoch mit hier hoch mit hier so nein ach ne jetzt habe ich es ja voll verkackt so krass lange das ist ja nicht mehr ja weiter beat weiter beat gott hat weiter beat hat 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 Bis zum nächsten Mal.